Was? Was? Chemie vom Zufallsding zur Naturwissenschaft. Wie ihr bereits schon wissen, Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit dem Aufbau von Stoffen, deren Umwandlungen und die Eigenschaften dieser beschäftigt. Bei den Stoffen unterscheidet man zwischen Elementen, Verbindungen und Gemengen. Elemente sind Reinstoffe, also sie bestehen nur aus einer Art von Atom. Zum Beispiel gibt es da Gold und Helium. Und hier lässt der liebe Herr Karbe große grüßen, der da beginnt ist. Und dann gibt es Verbindungen. Das sind Reinstoffe, die aus mehreren Elementen bestehen. Das Beispiel, mit dem wir am ehesten bekannt sein werden, ist Wasser. Und hier habe ich ein schönes Video für euch. Wo habe ich das? Doch, Frau Luft, was ist denn das? Das war der Wind. Wer ist der Wind? Der Wind ist eine Konvektionsströmung des Stoffes, der sich Luft nennt. Was ist Luft? Luft ist eine Gemenge aus vielen Verbindungen und Elementen. 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% lauter Edelgase wie Helium, Krypton, Xenon, ein bisschen CO2. Aber die Luft war nicht schon immer so, wie sie heute ist. Am Anfang, vor 4 Milliarden Jahren, als die erste Erdatmosphäre begann sie zu schaffen, war die Atmosphäre so zu 80% Wasser. Und 10% Kohlenstoffdioxid und 10% Kohlenstoffdioxid, 5% Schwefelwasserstoff und Spuren von Stickstoff. Aber warum hat sich das verändert? Ja, verantwortlich dafür sind Organismen, die Photosynthese getreiben. Bakterien, aber all voran Algen und Pflanzen. Und was ist Photosynthese? Ja, da macht ein Organismus mit Chlorophyll, das ist ein grüner Baustoff, aus 6 Wasser und 6 Teilen Kohlenstoffdioxid, 6 Sauerstoff, Traubenzucker und Energie, was für heute ein Lichtgefühl ist. Und das ist zufälligerweise genau das Gegenteil von dem, was wir aus Zucker machen. Wir tun Zucker, verbrennen und daraus CO2 und Wasser ausscheiden. Verbrennen, gutes Stiftwort. Feuer! Also, Feuer ist eine sehr praktische Sache. Aber zuerst war die Entdeckung dessen rein zufällig. Aber dann sind die Leute drauf gekommen, wenn ich die Hände zusammenreite, macht es heiß. Also, kann man dieses Prinzip nützen, um auf unterschiedlichsten Arten Feuer zu machen. Hier macht mein Papa einen Feuerstahl, ein Feuer. Ein Feuerstahl ist im Grunde einfach nur ein sehr eisenhaltiger Stahl. Früher hat man Pürit dafür verwendet. Und dann braucht man einen härteren Stahl. Damals hat man Feuerstein verwendet. Dann zieht man das entlang vom weicheren Stein. Und durch die Reibung, die da übertragen wird, fliegen die Funken vom Eisen raus. Aber weil da so viel Reibung drauf war, die übertragen wird, verglüht das dann. Und die Hitze kommt dann in mein Feuernes und das entzündet sich dann. Aber eine viel modernere Art, nach genau dem gleichen Prinzip Feuer zu machen, wo habe ich das hier, ist mit Kaliumpermanganat zum Beispiel. Da braucht man das im Verhältnis, dass man zwei Kaliumpermanganat oder einen Zucker nimmt. Und wie wir bereits wissen, ganz viel Druck und Reibung macht heiß. Eine Kaliumpermme kann mit bis zu 2000 Grad brennen. Das ist dreimal so heiß wie ein natürliches Feuer aus Holz. So, und was kann man mit Feuer machen? Eine der wichtigsten chemischen Reaktionen, die im Alltag stattfinden, ist für uns natürlich das Kochen. Mit Kochen kann man sehr viel testen, viel genießbarer machen und leichter verdaulicher. Dass sich meine Schwester hier zunutze gemacht hat in diesem Medium. Na ja, hier macht sie ein Spielbrei und man sieht wie aus dieser durchsichtigen, flüssigen Masse eine eher weiße, dickflüssigere Masse wird, die total lecker ist. Alles klar, wir bekommen jetzt. So. Entschuldigt, aber das Konvertieren hat nicht funktioniert. Also, jetzt wissen wir, dass es unterschiedliche Arten von Stoffen gibt. Aber warum ist das eigentlich unterscheiden? Ja, weil die unterschiedlichsten Stoffe unterschiedliche Eigenschaften haben. Wie zum Beispiel den Aggregatszustand, ob sie fest oder flüssig oder ganzförmig sind. den Siedepunkt, den Schmelzpunkt, ob sie schnell warm werden oder kühl bleiben, ob sie den Strom isolieren können, ob sie hart, weich, dehnenwacht, flexibel sind oder ob sie schwererleicht ziehen können. So. War ich das. Und hier habe ich ein paar Experimente für euch. Leider funktionieren die Tongrad nicht. Aber ihr seht, die Sichel ist härter als meine Pfeile und es macht ein grässliches Quietschgeräusch. Aber, äh, Messing ist viel weicher als die Sichel, im Heideall sind die Pfeile und als die Pfeile. Und da ist schon eine schöne Kerlbeträne. Und, Diamant ist natürlich das härteste. Und natürlich muss man, wenn unsere Gegenstände unterschiedliche Eigenschaften haben, kann man eine günstige Kombination daraus nutzen. Für die unterschiedlichsten Säcke. Beispiel. Ein Schwert. Alarmes. Aber Schwert ist in ihrer Natur unterschiedlich. Hier haben wir zum Beispiel ein Wikinger Schwert. Weil dieses muss sehr hart und stanzfähig sein. Sonst stumpft es ab, wenn man den zehnten Kopf damit eingeschlagen hat. Aber so ein Papier muss, 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 muss auch fest genug sein, dass er den Mann penetrieren kann, aber ohne abzubrechen, nachdem man ihn rauszieht. Also muss ein bisschen wattiger sein. Aber ein Baustall eignet sich gar nicht für den Schwert. Wie man hier an meinem ersten Gesungen und Versuch sieht. Der Baustall hat eine schreckliche Kerbe drinnen. Und der abgehärtete Kohlenstoffstall, da ist noch wohl ich mal ein bisschen weggegangen. Natürlich gibt es auch andere Teilenschaften. Zum Beispiel Kupfer. Kupfer ist ideal zum Stromleiten. Aber es gibt einen Stoff, der Strom noch viel besser leiten kann als Kupfer. Nämlich Silber. Aber das Problem mit Silber ist, dass Silber ein Vorkommen von 0,075 Teilchen pro Millionen hat. Im Gegensatz sind 70 von Kupfer. Das heißt, wenn man in der Erdkoste gräbt, ist es Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, Zehntausendstel, Zehntausendstel. Also wahrscheinlich, dass du ein Stück Kupfer ausdeckst als ein Stück Silber. Naja, und was ist da passiert? Okay. Also es war immer schon eine große Nachfrage nach Leuten, die aus weniger nützlichen Materialien nützrichtere Materialien machen konnten. Und dieses deckten zuerst die Alchemisten ab. Aber ihr Wissen war reines Erfahrungswissen. Sie haben zwar einige coole Entdeckungen wie Schwarzpulver gemacht. Aber ihre Erkenntnisse waren oft unzuverlässig. Zum Beispiel im Sinne von, in welchen Proportionen muss man etwas mischen, dass man etwas rauskriegt. Deswegen sind sehr viele chinesische Kaiser an Quecksilbervergiftungen gestorben. Weil die Archivisten behauptet haben, dass Quecksilber im Tempel die Potenz steigern würde. Naja, Chemie als Naturwissenschaft gibt es dann eben erst ab dem 18. Jahrhundert. Wo die Messmethoden besser wurden und die SI-Einheiten festgelegt wurden. Zum Beispiel ein Meter ist die Strecke, die Licht in einem dreihunderttausendstel einer Sekunde zurücklegt. Und die SI-Einheiten sind Sekunden, Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin, Mol und Candela. Das hat was mit der Helligkeit zu tun. Aber Maßeinheiten und bessere Messmethoden allein gelügen eigentlich nicht, um etwas wissenschaftlicher zu machen. Dazu braucht man die wissenschaftliche Methode. Und da macht man zuerst in der Natur eine Beobachtung. Zum Beispiel, Feuer ist heiß. Dann hat man eine Hypothese. Wenn Feuer heiß ist, dann verbrenne ich, wenn ich meine Hand rein tue. Also mache ich nun ein Experiment und ich prognostiziere, dass meine Hand verbrannt sein wird. Also schmeiße ich meine Hand ins Feuer und ist sie verbrannt. Dann hat sich bewahrheitet, Feuer ist in der Tat heiß. Aber ist meine Hand auch heil? Kann das nicht stimmen? Und ich muss mir überlegen, ob Feuer vielleicht etwas anderes als heiß ist. Und das war's. noch Deutsch.